Ja Leute, was geht ab? Ich bin Armin. Willkommen zu meinem ersten Tippen-Video. Claudine ist auch wieder dabei. Yeah, Essen ist fertig. Ja. Wir trinken jetzt ein bisschen Duo, Leute. Und ja, abonniert den Kanal nicht. Abonniert meinen Kanal. Wie in meinem Partner-Namen. Das ist mein Kanal. Name, elf Abonnenten, Cringe-Videos. Und ja. Eigentlich nicht. Abonniert auf meinen Cringe-Kanal, Armin-Youtube-Kanal. Tja. Oder geht... Hat niemand, ne? Oder geht auf meinen Kanal, dann geht ihr auf das Kanal drauf, dann geht ihr runter. Dann steht da Ehrenmänner. Da steht da erstmal beliebte Videos. Dann steht da Ehrenmänner und dann klickt ihr auf Ehrenmänner drauf. Da steht dann Armin-Youtube-Kanal, ne? Und dann klickst du da drauf und dann kannst du den Abonnieren in Bayern. In Bayern, ne? Und wir werden jetzt ne Runde Duo spielen. Was für Duo? Lass gleich Duo fest. Go what? Nee, das wird die einzige Runde auf der Gäste. Ey, lass mal neuer Anfang machen. Nein, mach, äh, anfangen in Battle Bus. Das ist viel geiler. Ja. Also, Digga, hab ich in diesem Video schon... Nein. Hast du mich verarscht? Natürlich. Nein, hab ich nicht. Bei Cern war das schon. So. Aber bei die... Ja, Leute, das wird Armin rausschneiden. Also, bitte das nicht sehen. In 3, 2, 1... Ja, Leute, Armin hat nen schönen Cut gemacht. Und ja. Und dann nicht. Ja, Leute, ich komm zu meinem ersten Video. Ich fühlte mich, dass das mein erstes Video ist. Ja. Und, ähm... Ja, ich hab in Battle Bus, äh, eingefangen. Ich fühlte mich, dass das mein erstes Video ist. Ja. Ja. Okay, wir gehen jetzt auf den Schalt. Mein erstes Video... Auf der ganzen Welt? Äh, ja. Äh, äh... Und sein erstes Video auf TikTok. Nee. Vier Leute. Ich seh ich schon von dir. Vier, fünf Leute gehen. Und bei mir im Haus ist direkt... Tag. Und oben hab ich ne blaue Charitsch. Aua, ich hab mein Herz gebrochen. Wegen die Arma, es war ein blauer R. Jo, Leute! Oh, ja, auf Rips is here. Armin, du hast mein Herz gebrochen, weil du gestern kein SEX wolltest. Oh mein Gott, Leute. Du hast seinen Mom geäfft. Bei mir 15 Leute vor der Haupttür. Das ist so wie Weihnachten. Hacker, Hacker in der Lobby. Hacker in der Lobby. Hacker in der Lobby. Hacker in der Lobby. Wir freuen uns, denk ich alle. Hacker in der Lobby. Ich hoffe, du siehst mein Leben. Hacker in der Lobby. Ich bin worden. Hilfe, Hilfe! Hilfe, ich hab nichts gesehen. Hilfe, Armin, komm zu mir, ich bin tot. Okay, ich habe. Jetzt selbst bei mir. Ich werde verlassen. Leute, die Runde wird eh schnell vorbei sein. Weil ich jetzt verlassen werde, wenn ich sterbe. Unum. 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 wakes up an こlem Now while now can do this. der, der, guck mal mein Leben. Hacker! Er kann mehr Flyhack. Er springt mit Sturzpolster. Hacker ist drin. Papa. Hä? Ist der One? Guck mal mein Leben! Ich hab die Schuhe angekassen. Die Klappe hast du? Ja, die Klappe hast du? Ja, die Klappe wird also sogar füch. Was sind da? Ohhhh! Hauptsache, meine ich nicht. Kann ich denn wieder charge? Ne, träumen! Also die ganze Nacht... ...kannst du davon träumen. Was gibt's denn hier noch Schönes? Vielleicht ein schöner Arme in der Griefe? Einen schöner? Hacker! Ja! Matt, warte! Du hast eh jetzt Full-HP! Du hast jetzt Full-HP! Und als Entschuldigung kriegst du eine schöne Charge! Dann tüge ich doch mal nix! Och, Digga! Och, Digga! Hä? Seibt mich nicht, seibt mich, ne! Seibt mich nicht! ein bock kriegst du von mir ein bock jetzt habe ich hast du eh mehr als ich ab 478 977 5908 lambo oder zwei leute zähne er trifft mich von 10.000 meter mit heck und macht ein gegner das stimmt doch im top und tot wenn die jetzt meine charge kriegen er sonst nicht und ich krieg nichts ab ich bin hier in der ecke im tot Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.